Hallo und Willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ja wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ähm, was können wir denn Spannendes machen? Warte mal, das können wir noch nicht machen. Wie sieht es denn hier mit den Tieren aus? Okay, also wir können jetzt gerade keine beschwören. Also sehen wir auch nicht welche wir gerade haben. Ich habe das jetzt schon wieder ein paar Tage nicht mehr gezockt, deswegen ist das immer ein bisschen verwirrend. Hier müssen wir noch was machen. Äh, Federn aus dem Adlernest. Okay, machen wir das wohl erstmal. Lass uns mal ja hinbekommen. Oh, da ist unsere kleine Mietzekatze. Okay, was fehlt uns denn überhaupt noch? Ein seltener schwarzer Jaguar. Und hier unten die drei große Narbenbär. Blutfangseebezahn. Wie gesagt, da denke ich mal wirklich, dass es der von Anfang ist. Schneeblutwolf. Und seltener Streifenwolf. Okay. Ist halt wirklich immer etwas verwirrt, wenn man das halt wirklich ein paar Tage nicht mehr zockt und dann zwischendurch immer andere Games zockt. Bis man halt wirklich irgendwann mal komplett verwirrt. Die wollen irgendwas von meiner Mietzekatze. Die werden meiner Mietzekatze hinterher. Na Mietz, was geht? Wir haben eine große Presse und dann holen sie ab. Wahnsinn. Scheiße. Danke schön. Okay, wir sind irgendwie. Nutze die Kletterkralle, um über Hindernisse zu schwingen. Wir sind da hoch. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt da hinkommen. Wir gucken mal sicherheitlich selber nicht, dass hier irgendwo ein Krokodil drin ist. Halt deine Klappe. Wurde haben wir gleich zwei getroffen. Oh, das ist ein Klappe. Okay. Erklimme die Klippen. So. Okay. Das werden wir doch irgendwie irgendwo hinbekommen, oder? So. Gehe ich mal davon aus. Okay. 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 So. Genau. Genau. So. So. Da geht's hoch. sehr gut würdest du bitte achso steht da ist voll dankeschön braucht man sich auch die seltenen federn um irgendwie was zu zu bauen das ist irgendwo irgendwo die seltenen federn hier zum beispiel guck mal hier dafür neben mir ist er denn jetzt in Na, dann schrunter, du setzt da. Jetzt sollst du die Federn sammeln. Sehr schön. Ist sowieso voll, also. Das Schöne ist jetzt aber erstmal die Nester zu finden. Da oben ist doch noch eins, sehr gut. Ähm, wo, da langs? Oh ja. Das war geplant. Aber ich hätte nicht gerade noch irgendwo ein Nest gesehen gehabt. Hier geht's gar nicht, oder? Ach doch, hier. Nein! Ich hab dich mitgedrückt. Oh, huch! Ach, ich hab mich nicht so aus Versehen abgeschossen. Uh, ach ne, jetzt fällt er auch noch komplett runter. Ach, scheiße. Mh, wir fallen gleich mit hinterher. Ach, so eine Scheiße, Mann. Okay. Okay. Sehr gut. Oh, wir haben neue Fähigkeiten. Und können wir das jetzt sogar behalten? Warte mal, wir haben einen. Das ist egal. Oh, wir können die sogar behalten. Wie cool ist das denn? Sehr schön. Jetzt können wir sogar mehr Pfeile tragen. Was brauchen wir denn hier? Groß-Age-Haut. Okay. Höhenbär. Herschaut. Und hier brauchen wir Blut von Urus. Und Notun. Okay, okay, okay. Dahinten kommt unsere Mietzekatze. Jetzt liegt schon wieder die Leute spazieren. Nee, aber das ist ja nicht simpel. Scheiße. Geht die ganze, geht sie gut? Ja, da geht's gut. Und hier geht's schon wieder ab. Hier, hier ist schon wieder... Oh mein Gott, hier geht's schon wieder ab. Das ist ja Wahnsinn. Und dann meine Mietzekatze. Hey, warte. Sehr gut. Das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir eigentlich jetzt alles voll, oder? Ähm, das sieht ganz gut aus. Sehr gut. So, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Ähm. Wir bräuchten, was haben wir dann gesagt? Dachsfell brauchen wir noch, gellä? Die Frage ist nur aber, finden wir das jetzt so schnell? Hier oben gibt's, nö, hier gibt's gar keinen Dachs, habe ich schon das Gefühl. Höhlenbär haben wir hier. Hier haben wir einen Braunbär. Höhlenbär. Okay. Ja, wir gucken, dass wir mal ein bisschen Dachs werden noch finden. Okay. Na, meine Gute, was geht? Meine Gute, Mietzekatze. Oh, ich brauche doch hier, ich brauche doch hier, ich brauche doch hier. Gibt's auch gerade gar nicht. Hä, wieso trifft denn die nicht? Geht, Mensch, auf die Ketten. Ja, schaut. Okay, haben wir jetzt einmal. Sehr gut. So, jetzt haben wir... Okay, warte, was hat man denn gesagt? Nee, warte, hier wollten wir gar nicht hin. Genau, Höhlenbär und Feld brauchen wir hier. Hier brauchen wir Großelch, war das? Hier brauchen wir Blut von Oros. Na, Mietzekatze, was geht ab? Oh, ich lege! Wow. Oh, okay. Oh, den sind doch schön. Oh, den sind doch schön wieder so Vögel. Oh, den sind doch schön. Okay, man findet wieder keinen Dachs. Genau. Das ist komischerweise immer so. Wenn du irgendwas brauchst, findest du es nicht. Gucken wir heute mal hierhin da. Aber hier ist ein Dachs. Ich stelle hier irgendwo ein Dachs. Schade, bloß einmal ein Dachs bekommen. Gab es eigentlich aber irgendwas, wo man sagen konnte, man kriegt mehr Haut? Oder habe ich das irgendwo... Entweder habe ich das irgendwo mal gelesen oder ich habe mich voll lesen. Okay, genau. Das wollten wir auf jeden Fall noch haben. Ja, das sind Punkte, die wir auf jeden Fall haben möchten. Das ist ein Dachs. Huiiii. Okay, warte mal Mietze Katze, wir müssen dir erstmal... Wir müssen dir erstmal ein kleines Leckerli zustecken. Ganz brave Mietze Katze. Ja, also ganz fein gemacht. Ähm... Wo, 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 wo. Wir müssen wir... Töte sie, töte sie! Sehr gut! Boah, passt da hoch, müssen wir! Ach, war das hier nicht die Hürde von, von diesen Typen, der uns angepisst hat? Okay, hier können wir rein. Oh, hey, weißt du, das sind die blöde Katze. Kann ja eine Schwung sein hier. Wir sind Dachs. Wir sind Dachs. In der WC Katze, was geht? Was ist denn schon wieder? Und wo? Oh, die stehen da ganz hinten. Noch eine Mietze Katze. Noch ein Druthorn. Das ist noch ein Dachs. Sehr gut. Jetzt haben wir so alle vier. Jetzt können wir nämlich unser Durf. Und jetzt bräuchte ich bloß noch Schilf. Dann müssen wir jetzt mal ans Wasser gehen. Gute Frage, wo finden wir jetzt hier Wasser? Gut, dann gehen wir hier. Dann machen wir uns mal hier hin. Und ja, das müsste passen. Wir haben jetzt, oder wenn ich das wüsste. Na, wir gucken gleich mal bei uns im Lager rein. Warte mal, wie braucht man denn? Ähm, fünfmal. Dann gucken wir bei uns im Lager. Dann müssen wir nicht eine Stunde rum suchen. Ein einziges. Blut von Uros haben wir auch wieder nicht. Schade. Also brauchen wir jetzt noch viermal Schilf. Oh, was hat denn... Was wird denn der Unge hier unten von uns? Was geht, Commander? P-Mars? Ich mein Name a , K-Mars? Was stimmt jetzt nicht so gut? Ist es schon möglich, dass viele von mir reden? Weil wir sind ja auch ein cooler Bestienmeister Oh, dreimal Schiff, so jetzt fehlt noch ein einziges Mal, sehr schön Und da vorne haben wir es doch Dankeschön, so jetzt kommen wir wieder zurück, aber egal, wo sind wir? So, hier sind wir, jetzt müssen wir hier her, sehr schön, jo, das kriegen wir hin, oder? Das passt alles sehr gut. Sehr schön. Lohnung, 3000 XP, na die hättet euch in euren Darm drücken können. So, sehr schön. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich verdrückt, das wollte ich drücken, okay. Hey, da haben wir das jetzt, das jetzt, hier müssten wir da hin, ich würde ja fast sagen, dass wir uns dann den Onkel hier holen. Jo, wir schlafen bis zur Morgendimmerung. Und da haben wir jetzt gehört, so was geht. Ähm, ähm, okay, hier kommen wir hoch, sehr gut. Dankeschön. Warte mal, wir brauchen, glaube ich, den Nordschwarzstein noch, gellä. Hier haben wir alles, hier bräuchten wir bloß ein Höhlenbärenfell, okay. Ach, Norton war das, Norton, zweimal im Blut von Oros. Ach ja, der Thun, der war ja immer, der war ja in der Nähe des Wassers, war der ja, gellä. Was ist denn da hinten schon wieder? Ach nee, kommt das. Komm, das ignorieren wir jetzt einfach gekonnt. Das hat niemand gesehen. Das ist nie passiert. Dahinter müssen wir irgendwo. Boah, die rennt da oben schon wieder lang, die sehen uns schon wieder. Was ist das denn für ein Männchenkicken hier? Ziegenhubspitzen. Ja, und was ist? Wo? B-b-b-b-b-b-b-b-b. Und was ist hier unten? Was würdest du jetzt mal? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. So, da haben wir jetzt was nebengeräte, du Tobier oder was? Ja, schade, es ist ja ein Braunberg, den brauchen wir ja gar nicht. Okay, für dieses Jahr werden wir dann was machen. Dann würde ich auch sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir müssen auch bei den Manikingen da hinten mal gucken, was das sein soll. Und genau, das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein!